Blüthner Instrumente können singen und das ist wirklich das Beste, was man von einem Instrument sagen kann. Stammt nicht von mir, sondern von dem legendären Dirigenten Wilhelm Fortwängler. Blüthner gehört zu den Herstellern, die eine komplette Flügel- und natürlich auch Klavierpalette haben, die vom kleinsten Instrument 1,54 Meter bis zum großen Konzertflügel 2,80 Meter Länge reicht. Das Ganze sind dann acht verschiedene Flügelgrößen und wir bauen fünf verschiedene Klaviergrößen, wo natürlich auch das größte Klavier der Welt dazu gehört mit 1,46 Meter Bauhöhe. Und das erfordert natürlich auch eine entsprechende breit aufgestellte Mannschaft, die so ein Riesensortiment auch herstellen kann. Die Instrumente selber müssen ja nicht zwangsläufig in einem traditionellen glänzenden Schwarz sein, sondern können natürlich in zahlreichen Holzvarianten mit Stilendementen verziert, im Rokoko-Stil oder im viktorialischen Stil hergestellt werden. Und es gibt natürlich auch unsere Designinstrumente, wo wir neue Materialien, neue Technologien integriert haben, die letztendlich auch konstruktiv schon zu neuen Instrumenten geführt haben. Genannt seien hier die ganzen Acryl- oder Transparenteninstrumente oder eben auch die Paul-Henningsen-Instrumente, eine Design-Ikone aus dem letzten Jahrhundert, aus Dänemark. Und dieser Weg wird auch weitergegangen werden. Die Entwicklungen werden nicht aufhören. Ja, und es ist entspannt, das mit zu begleiten und vor allem Manöver in Manövrieren zu können. Die Entwicklungen werden nicht aufhören. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020